Ah, verdammt! Auf meinem Brot wächst ein Schimmelpilz. Das muss in den Müll. Aber warum eigentlich? Ich habe doch auch gerade Käse gekauft, auf dem ein Schimmelpilz wächst. Und warum heißt es Schimmelpilz? Ein Pilz stellt man sich doch eigentlich ganz anders vor, oder? So wie den hier zum Beispiel. Pilze, die du aus der Gemüseabteilung im Supermarkt kennst, sind nur ein kleiner Teil vom Pilz. Der Fruchtkörper. Wo ist der Rest vom Pilz? Im Boden. Der größte Teil des Pilzes ist das Mycel. Das besteht aus sehr dünnen Fäden, den Hüpen, die im Boden wachsen. Die Zellen haben eine Vakuole und eine Zellwand. Es sind also keine tierischen Zellen. Sie haben aber auch kein Chlorophyll zur Photosynthese und sind somit keine Pflanzen. Pilze bilden ihre eigene Gruppe und sind weder Pflanzen noch Tiere. Wenn es Zeit für die Fortpflanzung ist, wächst aus dem Mycel ein Fruchtkörper. Der besteht aus den gleichen Hüpen wie das Mycel, nur sind die viel enger verwachsen. Der Fruchtkörper hat einen Stiel mit Ring und Knolle und einen Hut. Unter dem Hut sind die Lamellen. Es gibt viele verschiedene Pilze, aber Vorsicht, einige sind sehr giftig. Also nur Pilze essen, von denen du sicher weißt, dass sie essbar sind. In den Lamellen entwickeln sich einzelne Zellen zu zweimal zwei unterschiedlichen Sporen. Da man die Sporen nicht voneinander unterscheiden kann, werden sie nicht männlich und weiblich, sondern Plus und Minus genannt. Die Sporen werden vom Wind verteilt. Zuerst bilden sie ein negatives oder positives Primärmycel aus. Finden sich zwei unterschiedliche Mycelien, verschmelzen die Zellen. Es entsteht ein Sekundärmycel, das wieder Fruchtkörper ausbilden kann. Und wie ist das jetzt bei Schimmel? Der weiße Pflaum ist das Mycel, das durch das Brot wächst. Die dunkleren Stellen sind die Fruchtkörper. Die sind so klein, dass man sie nur unter dem Mikroskop sehen kann. Auch hier aufpassen. In diesem Brot ist das Mycel des Pilzes schon viel weiter gewachsen, als du sehen kannst. Giftstoffe in den Pilzen können dich krank machen, so wie alles Verschimmelte. Pilze können aber nicht nur in Lebensmitteln wachsen, sondern auch in dir. Hast du schon mal vom Fußpilz gehört? Da wächst das Mycel eines speziellen Pilzes im Nagel oder in der Haut. Auch Pflanzen oder Wände können von Pilzen befallen werden. Aber jetzt keine Angst haben, nicht alle Pilze machen dich krank. Bestimmte Schimmelpilze, besonders die in Käse, kann man essen. Antibiotika wie Penicillin stammen aus Schimmelpilzen. Hefepilze kennst du vielleicht vom Backen. Hefen sind spezielle kleine, runde Pilze, die kein Mycel ausbilden. Sie vermehren sich durch Knospung. Dabei wächst einfach an der einen Hefezelle eine neue, kleinere Hefezelle. Hefen essen Kohlenhydrate und machen daraus CO2 und Alkohol. So kommt beim Backen Luft in den Teig, er geht auf und wird schön locker. Beim Bierbrauen wandeln Hefen Gerste in Alkohol um. Alle Pilze haben eine wichtige Rolle in der Nahrungskette. Als Destruenten zersetzen Pilze organische Stoffe aus toten Tieren und Pflanzen in einzelne Nährstoffe und geben sie sogar wieder im Boden ab. Manchmal gehen Pilze sogar eine Partnerschaft mit Pflanzen ein. Das Mycel geht an den Wurzeln eine Symbiose ein und bildet eine Mykorrhiza. Dabei bekommt der Pilz Kohlenhydrate von der Pflanze und gibt ihr Mineralstoffe. Pilze sind weder Tiere noch Pflanzen, sondern bilden ihre eigene Gruppe. Der Fruchtkörper ist nur ein kleiner Teil des Pilzes. Der Hauptteil lebt als Mycel im Boden. Pilze sind als Destruenten in der Nahrungskette, als Lebensmittel oder als Antibiotika-Lieferanten wirklich nützlich. Einige sind aber wirklich giftig oder können Krankheiten auslösen. Hey, ich hoffe dir hat das Video gefallen und dass wir dir weiterhelfen konnten. Wenn du jetzt noch den Stoff richtig festigen willst, dann schau mal auf LearnAttack.de vorbei. Dort findest du zu jedem unserer Videos passende interaktive Übungen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Den Link findest du in der Beschreibung zu diesem Video. Wenn du dann auch all das Gelernte überprüfen willst, dann haben wir noch echte Klassenarbeiten von richtigen Lehrern für dich. Samt Musterlösungen natürlich. Also schau einfach mal rein auf LearnAttack.de.